Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ja, ich sage schmerzlich willkommen in der Halle. Na, eine beschissene Fahrt gehabt? Ich hoffe, Sie sind hart aufgekommen. Freuen Sie sich ganz persönlich auf eine Ewigkeit Rennvoll Qualen, Fußgeruch und Schmerzen. Unterbrochen von kurzen Pausen, in denen kalter Kaffee gereicht wird. Doch du, ja, du hast die Chance in den Himmel aufzufahren. Wenn du gewinnst bei, keine Chance in den Himmel aufzufahren. Die letzte Aufgabe, an der du scheitern wirst, ist, deinen Weg durch die sieben Vorhöhlen zu finden. Ich wünsche mir viel Spaß. Die Lava-Lampen-Hölle. Na los, ich will was sehen für mein Geld. Oh, nein. Ich könnte den Ofen hier noch auf Feuersprung stellen. Ja, hier machen wir dir Feuer unter den Hintern. Bevor du hierher kommst, habe ich denn noch nicht... Ich lasse dich. Auf die Plätze, fertig. Hab ich denn noch nicht? Das ist der Schwanzer. Das ist der Schwanzer. Heute ist das Ende aller Tage. Denn du erbrochenes Cocktailwürstchen bist hier in der Hölle. Die ewige Finsternis hat fünf Sterne. Alle sind aus rostigem Eisen und tun wie ein Scherz.